Ich bin nicht rot! Und mit diesen Worten beginnen wir in der dritten Folge dass er es immer so eilig haben muss. Phallus ist nicht rot. Jetzt bin ich blau, ich werde voneinander kommen. Very easy. Very easy. Das ist ein Spaziergang. I just died in your arms tonight. Okay, es geht wieder los. Jetzt seht ihr auch wieder meine Kauhaken. Aber ich finde das irgendwie alles doof. Das ist immer noch alles doof. Da gehe ich doch mal überhaupt nicht mit. Den lege ich mir jetzt mal auf die 2. The main base wie immer auf die 5 und eine 0. Ja, okay. Eine halten habe ich gar keine. Zwei halten auch nicht. Was? Warum habe ich da jetzt drauf gedrückt? Was weiß ich denn? Da ist doch gar nicht so gut, was ich da habe. Na ja, gut, aber weißt es wollen. Moin, was spielst du gerade in der Karte? An dieser Stelle möchte ich den netten Herrn grüßen, der mich gerade angeschrieben hat. Genau. Während der Aufnahme. Und ich mache es wie beim letzten Mal. Und werde mir als erstes das Self Repair Upgrade holen. Nein, ich bin so ein Opfer. Warum? Weil ich will die Kohlen rausgehauen ab zu früh. Ja, habe ich auch. Auch keine Karten? Doch. Ja, also. Ich habe auch mir direkt das Repair Upgrade geholt. Ja, aber du hast ja vorher den Pot gewonnen. Ja, dann biete mal gegen nichts, Junge. Bieten, bieten! Hauptsache, ich biete auch mal. Ja, oben seht ihr nämlich die Beat Counts und so. Hier Beat Cards. And try to beat this. Try to beat this. So, ich habe zwei Marines. Die stecke ich jetzt zusammen. Tja, ich habe nur einen leider, weil ich nur einen Einleiter habe. Ja, und dem werten Herrn, der mich gerade angeschrieben hat, den werde ich nach der Aufnahme antworten. Bevor sich jetzt alle fragen, warum antwortet der dem denn nicht? Das ist privat. Wichtig. Ah. Puuuuh. Mua, ey. Warte los. Boah, voll der Pech. Hier. Da habe ich dich überboden, mein Freund. Ja, du wirst auch locker gewinnen. Na klar. Mit einer kleinen Straße. Keine kleine, es ist ja nur eine Straße. Stresschen. Dafür gibt es einen Ghost. Ghost zu sterben. Du hast einen Ghost? Habe ich noch nie gesehen. Ja, durch die Straße. Mit, mit Snipe. Krass. Und EMP. Krass. Schaut, dass kein Nuke dabei ist. Mhm. Jetzt kommen die Karten wieder. Nicht gut, ne? Gar nicht gut. Und... Baaah. Hier. Boah. Try to handle the theme. Ah, Snipe Shot gefällt mir natürlich gut. Ja, ne? Was ist das? Weiß. Oh. Yeah, eine Roach. Noch ein Marine. Okay. Als nächstes. Wo kommt denn jetzt? Stalker. Stalker. Eigentlich geht davon ja alles noch gar keine Gefahr aus. Das ist richtig. Deswegen vielleicht... Aber meinst du die Planetary würde besser helfen gegen die Ullis? Man muss es probieren. Bisher ist ja nicht geklappt, ne? Ja, ne? Okay. Das weg. Das weg. Das weg. Das und das weg. Komm. Ja. Ist jetzt auch nicht der Knüller, ne? Ist jetzt auch nicht der beste, weil er gibt, ne? Auf der Welt. Ja. Auf der Welt. Ja. Erstmal schön hier Schutz wieder. Ja. Live und so. Abgegridet. Und... Das ist... Das ist eine Roach. Ja, ja. Ja. Was hast du? Two pair. Unfair. Two pair. Unfair Mario. Ja. Boss. Stim. Stim. Like you. No matter what. Baaam. Baaam. Ey ich hab voll wenig Einheiten. Ja, die Kölnerinnen hätten einfach 100 Minz gedroppt. Hö? Hm. Warum? Weiß ich nicht. Warum droppt die bei dir nur 100 Minz? Weiß ich nicht. Klär mir das mal. Was weißt du ja nicht? Ich mach da auch nichts anderes. Weißt du? Das nennt sich Kameradschaft hier. einfach mal hier schön die Special-Tipps für sich behalten ja ne das ist auch das ist alles nix das hilft alles nix ne was war das denn nicht draus voll aus fulles Haus manchmal ist das auch auch full ne Poker ist nicht so mein Ding ihr merkt das aber boah Junge nichtsdestotrotz ja GS Phallus has the best hand with full house and wins the pot share look what they got boah Ding-Tank ich revenge hat der eigentlich der kann man den doch auf die Klippe stellen bestimmt warte warte ich zeig euch das mal ja er hat einfach mal einen Tank er hat einen Ghost ne so weiter gehts immer weiter als weiter na das ist natürlich wieder nicht so schön ich bin auch sooo schlecht in Poker ey so Pokern Pokern das ist nix für mich ne ne ist einfach nix ne ist nix ne ich mag Pokern mhm das ist mein Ding zieht man gar nicht das ist mein Ding zieht man gar nicht ja und ich hab mir grad das das nächste Upgrade von äh trefferpunkte geholt von der Kommandozentrale muss sein ein und da gehts auch schon wieder los hier hab ich mal getauscht nix ja nichts betten und so das ist alter seien wir nicht böse der hat einfach mal zwei Königinnen und zwei Buben und so Marine ein ganzer zwei Marines ergeben zusammen so einen so come do it im EMP so wird hart Bisher kann ich nicht all zu selbe klagen Geht so ne Kann besser sein ne Boah Boah Das ist nicht euer Begehr Da rase ich Begehrungen Like Nikos Ich wüsste gar nicht dass man die EMP auch noch zielen muss Ich sag mal rückgefell drauf und dann macht der Wie beim Storm und beim Fungel auch Ja so ungefähr Was hilft am besten gegen Linge? Blue Flame Gerade gekriegt Boah Er wieder Er nun wieder So Databglied hab ich schon Jetzt Die Bendinge waren noch nicht ne? Ne Komm gib Boah Junge Boah Poker Defense Aber der Tank ist geil Ja Kann man nix sagen Ja Dann ist er mal wieder ihr Lucky gewesen Ja Zwei Merins zusammen Patsch Ullis Ja Ist nicht einfach ne Aber können schlimmer sein Ja ich sag mal Was ist schon einfach heutzutage ne Richtig Sparst du auch? Naja Doch nicht Sooo Was haben wir denn hier Ich würde einfach mal sagen Krabb ne Krabb Ich hab dir noch einen guten Poker Tipp Verrate nicht ob deine Karten gut oder schlecht sind Jaaa Aber wir spielen doch nicht gegeneinander Na ja gut Haben wir uns ja äh Geinigt So genau ich biete 430 Mit äh nichts Ich hab mal 3 Aste Deswegen kann man das schon mal bieten Naja Erfassen Die Kamera kann net nicht fassen ne Die kann net einfach net fassen was hier los ist So EMP direkt drauf Pass auf Oh los Was ist das für ein Crap Ja Ja Oh Oh Ja Hier ist sie Hier ist sie maut 3 of a can Wer net wagt der net gewinnt ne Richtig Richtig Alles rein Nicht spingsen Ich hab nicht hingeguckt Ich schwöre Ich hab nicht hingeguckt Ich schwöre Und wenn dann hätte ich woanders hingeguckt Aber ich hab nicht mal das gemacht Drei Aste Junge Drei Aste Junge Leck mich in den Tisch Mhm 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 Muss sein ne Ab und an muss das mal sein Boah Was hab ich denn jetzt gewonnen überhaupt dadurch Oh it's Bending Time glaub ich Fast nix ne Geil ich hab alle abgekleilt bevor sie irgendwas erreichen konnten Ne ich nicht aber es hat trotzdem gereicht So ist das ne Und jetzt Kommt der Dean T-Ray Ich wette nochmal was ne Wette doch Come on baby Wette Wette doch wie das ist Schön 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 So Äh Bis zum Bis zum Uli Möchte ich versuchen Die planetarische Festung zu haben Ich auch Die planetarische Gucken wir mal ob das klappt Ich hoffe Es Ok Äh Zwei Drei Vier Klar Ach Alles Will ich nicht Nix gut ne Ich brauche bessere Karten Bessere Karten Komm Gib mir noch die letzten Mal Bist du in der Reikart Junge? Ja Ja Du willst ja eigentlich was sagen Ja So Da sind die grimmigen Reaper angekommen Die mir auf die Basebomben möchten Aber Es hat nicht gereicht ne So So Was haben wir hier Boah ich wette ich habe teilweise schon richtig gute Blätter einfach weggeschmissen Weil ich so ein Noob bin Weil ich so ein Noob bin Einfach So schwer es doch nicht Möglichst viele Pärchen kriegen Ja Einfach mal 10 drauf Einfach so Viking Zerkling Ja Zerkling hat mich eben kaputt gemacht Ne ne Doch doch Zerkling Nein Es war auch die Elefantenwelle glaub bei mir Ne ich war doch früher raus In der zweiten Runde Ach doch Ach doch die vielen Zerklinge haben mich gekillt Ach da meinst du? Ja Ja Genau da meine ich Jetzt eben als du rausgeflogen hast Ja Äh Ja das kann sein No Planetary ready Tonight So Wunderbar Planetary Kommen Gucken wir mal Das müsste jetzt eigentlich um Welten besser laufen Ich hoffe Das weg Das weg Come on baby Ohohohohohoho Was denn? Pfff Ich fiel doch mit dir selbst Jungen Hauen Hau 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 Das ist kein Blöpfer bei mir klar, aber dass das so hoch ist, Junge Junge. Das war höher als deins, ne? Ja, ich hatte immerhin ein Drilling, da habe ich gedacht, sehr gut, da riskierst du es mal, aber Junge Junge. Ja, Respekt. Erstmal schon geblufft, geblufft. Das ist kein Blöpfer, aber klar. Das wird doch kein Mensch sagen, der bei Verstand ist. Ja, war richtig. Aber ich dachte, ich wäre trotzdem höher. Eine ausgehebelte Logik, weißt du? Versteht keiner. Na ja gut, aber es ist wohl. Und ich am wenigsten. So. Ich glaube, ich hau doch direkt doch mal ein Blöpfer hinterher. Ja, mach es doch, wenn es dich nicht stört. Es kommt jetzt an Love, denke ich, nach vorne. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich weg. So. Uh. One pair. Warum bist du nicht mitgegangen? Ja, weil ich One pair, was soll ich da mitgehen? So. Jetzt kann ich hier schön Damage nachziehen, ne? Wie sich das gehört. Kao. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Tank hinstellen soll, um ehrlich zu sein. Du hast auch einen Tank? Ja. Du hast ja auch von Haus gehabt. Ja. Richtig. Stell ihn in die Ecke, so wie ich. Da kann der gut nach oben, weil das auch alles mit noch. Kann der da auch noch an der Planetary schießen? Ja sicher. Du bist ja sicher. Doch. Ja, das stimmt, ne? Okay, Karten, Karten, Karten. Oh. Oh. Na egal. Ich wette nicht. Ich hab jetzt gut was gewonnen. So. Damage Upgrade. Ich will auch mal was gewinnen. Okay. 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 Die Runde wird an dich gehen. One pair high. One pair high. One pair high. Then pair high is ever better than my pair high. Really? Ja. Oh. Tja, so ist's halt manchmal, ey. 500 kostet das letzte Damage Upgrade. Boah. Fester turn. Jetzt geht's los, Leute. Über. Boah. Hier, die Kamera fliegt voll durch die Gegend, weil ich hier voll mit 5000 DPI durch die Gegend fliege. Gar kein Problem. Nee, bei mir auch nicht. Hast du denn überhaupt Schaden genommen? Ich weiß gar nicht. Ja, hat's. Aber nicht besonders viel. Tja, bei dir? Nee, gar nichts, ey. Ja. Ich zeig mir mal einen Phalos hier. War auch gar kein Problem. Gar keins. So. Achja, Karten. Die gibt's ja auch noch. Ja, ohne jede Blit, ne? Ach. Nix. Ich wette überhaupt nichts. Aber ich trinke jetzt mal einen Schluck. Ja, mach's doch. Ey, lass mal gleich mal nochmal einen Kaffee trinken. Trockenen Hals, ne? Also ich meine, lass mal nächste Woche in der anderen Folge von der anderen Serie noch einen Kaffee trinken. Nix. Na ja. Können wir mal machen. Kuck, komm, ne? Witzig. Hä? Hä? Äh. Äh. Das gilt übrigens noch, ne? Also, bitte schreibt uns, wenn... Oh! Moment. Komm. Truff, 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 truff. Junge, mach doch mehr Schaden, bitte. Boah, das wär fast ins Auge gegangen. Und jetzt kommt die Killing Wave. Die Killing Wave? Jetzt schon? Ja. Nee, doch. So, ich schmeiß die ganze Hand weg. Nee, doch nicht. Eine Karte war nicht. Ey, nur Kacke, Junge. Kacke. Ich repair hier mal lieber ne Ründchen, ne? Hm. Ich bin da mal überlegen, ob ich hier einen auf Hallposition machen soll, da drumherum, aber das funktioniert nicht, ne? Nee. Was, da liegt voll die Kohle? Ich bin so einig. Was? Kacke Spaß, der liegt voll die Kohle oben oben. Was für Kohle? Ja, so ein Sack Geld. Ein Sack Geld? Ja, weißt du, welche ich wohl herkann? Stopp, stopp, stopp! Drauf! Drauf! Drauf da! Drauf! Repair! Nee, ich bin tot. Ich hab's geschafft. Du hast es geschafft? Ja. Ich krieg voll den Affen. How? Ja, in like that. Ja. Ab jetzt, Sicht vom Phallus. Ja, so kann's gehen, ne? Manchmal verspeist man den Bären. Und manchmal wird man vom Bären verspeist. That's life. Ja. Aber ich wünsche euch viel viel Spaß in der Sicht von Phallus. Ich geh so ein bisschen mit, ne? Er hat hier eine wunderbare Unit Composition von zwei... Dingern. Aberration-Typen. Dark Templar sind auch dabei. Hier, Immortals sind am Start, ne? Wiesentor Waffe ist auch dabei. Boah. Junge. Was soll das denn? Übel. Die verdoppeln sich bei Schaden, oder was? Die verdoppeln sich. Bei Schaden? Shit. Wahrscheinlich, wenn die sterben. Duplicates on Damage. Ich geh jetzt hier weg. Hehehe. Endlos. Gleich kommt schon die nächste Wave. Still vor. Tja. Ne, aber so klappt's. Man muss die halt One-Hit killen. Jaja. Gut, dass ich's durchschaut hab. Aber die machen ja auch kaum Schaden. So, Healing Ability jetzt. Round 22. Healing Marauders. For you. Schattenspiele. Come on baby. Do it. Achja. Hier. Das ist deine Army. Richtig geil. Hehehe. Hehehe. Wir sind jetzt im Round 23. Wir sind jetzt im Round 23. Hehehe. Hehehe. Ich hab's leider nicht mehr geschafft, ne. Da kommen die Healing Marauders. Healings von Ups. Richtig übel. Sie heilt sich. Boah. Ah, der Schaden erhält sich in Grenzen. Mit Repair sollte da zu machen sein, ne. Die geh'n nicht down. Boah. Fokus Junge. Ja, ne. Alter. Hast du überhaupt gelernt? Hehehe. Hehehe. So. Die geh'n nicht down. Hehehe. 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 Ja, leg's mir doch ab. Ja, ist doch egal. Siehste, dafür bin ich ja dabei. Ja, richtig. Wie an dein seelischer Beistand. So, drei Damen ist schonmal geil. Drei Damen. Nen... Bube. Nen Bude. Und ne Zwei. Hehehe. 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 Boah, da hast du zwei Kühe, ne. Hast du schonmal probiert? Zwei Kühe ineinander? Ne, hab ich ja nicht probiert. Hehehe. 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 Ein Ander? Hehehe. So. Erstmal brauch ich die Kuh mal vorne. Was kommt jetzt eigentlich? Wer braucht die Kuh vorne? Bains! 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 Mit, mit, äh... Overload and Baneling Drop ist das. Ja. Aber alles gleich. Easy Junge. Easy Mounds. Wo sind die Kühe? Ich probier's mal aus. Boah, jetzt kommt da ne Giganto-Kuh bestimmt. So. Ihr seid live dabei. Eine Seite. Zweite Seite. Nichts. Nichts! Wuh! Das war eine Überraschung. Ne. Die Map ist schon gut gemacht. Wir haben diesmal gar nicht erwähnt von wem die warten. Aber ich glaub man konnt's auch gar nicht sehen. Ich glaub auch. Auf jeden Fall. Lohnt sich das mal zu spielen. Oh, let's wave. Vor allem für Leute die Poker gerne spielen. Oder die verstehen wie Poker funktioniert im Gegensatz zu mir. Und für Leute die es hassen auch. Und für Leute die es nicht mögen auch. Da kommt The Mama. Let's wave in the world. Leviathan. Dropping, äh... Mewders. Viele, ey. Was geht denn da ab? Mewders and all of... Ach, guck mal. Repair. Die machen doch gar keinen Schaden. Ja, stimmt. Damit können wir sagen... Wir haben das Spiel besiegt. Wir haben die Map geschafft. Wir haben die Map geschafft. Ja. Was ist die zweite oder dritte Runde? Das war die dritte und letzte Runde. Ja. Supergeil. Wunderbar. Das heißt, wir brauchen keine vierte Revanche Map zu machen. Aber wenn, dann impossible. Aber wenn, dann impossible. Genau. So. Ne? Äh... Wir hoffen, euch haben die drei Folgen gefallen. Ich hoffe das nicht. Und, äh... Genau. Ihr hofft das nicht. Äh... Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und... Ich würde mich freuen, wenn ihr andere Arcade-Fun-Map-Dinger in die Kommentare als Vorschlag schreibt. Genau. Damit wir wissen, was wir spielen können und sollen. In diesem Sinne... Peace out! Ich bin draußen! See you! Vielen Dank. Vielen Dank.